Willkommen zurück zu Black Mesa. Jetzt sind wir hier. Sprengt euch selber hier. Seid nicht die Helds, ne? So, Coolungssystem 2. Kann ich nicht. Coolungssystem 1. Was ist da? Ne. Intent Station. Da waren wir schon. Hier ist der Maintenance Exit. Coolungssystem 2. Ja, hier ist Coolungssystem 2. Das weiß ich. Ich muss doch hier irgendwas reinmachen. Oder muss ich wieder komplett... Warte mal. Oder muss ich zurück? Ich muss doch das... Ist alles aktiviert. In dem Tank 2. Ja. Hier ist das Ende. Jetzt muss ich wieder zurück. Weil jetzt muss ich nämlich... Glaub ich... ... den Reaktor aktivieren. ... 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 Aux Tank, Hector, hier. Hier gibt es wieder Zeug. Aux Tank, genau. Ja, ist ja gut. Geht nach Lanzau. Weg mit euch. Geht nach Lanzau. Geht nach Lanzau. Oh, nee. Geht nach Lanzau. Weg. Ich hoffe, es ist voll wichtig, ey. Ja! Das ist voll. fragen. Nein? Gut. Muss ich irgendwie das Ding aktivieren. Ist die hier irgendwie was aktiviert? Oder muss ich jetzt einmal hier runter? So. Spür mal hier runter. So. Hier garantiert irgendwas aktivieren. Hier ist offen. Hm? Neh. Ich muss irgendwann aktivieren. Radio has its own. Quartz liften. Einmal Quartz. Will ich das einmal nachladen? Ist nachgeladen. Gut. Das ist eine Radio-Hazard-Zone. Hier muss ich irgendwas aktivieren. Ach, stimmt. Die muss das Portal ja aktivieren. Ja, ist ja gut. Da lang. Okay. Komm. Platz doch einfach. Aber was habt ihr Angst? Wenn ich da noch Welt eindringen. Mach's doch sowieso. Oh, jetzt fährt er hoch. Nein. Ich bin ja noch ein. Das ist der erste Mal sicher. Nee. Das ist hier nicht mehr. Das ist der erste Mal sicher. Das ist der erste Mal sicher. Nee. kommt ja wohl kommt Schau, komm, 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 komm. Ah, komm, 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 komm. Das ist, komm, komm, komm. Gut. Das war das. Dann sind wir jetzt hier. Und einen Aufbruchungsraum. Alles klar. Dann kraxen wir wieder nach oben. Nein, nein, nein. Okay. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Dann gehen wir halt hier lang. Oh Gott, ne. Hallo. Okay. Geh dann wieder. Gläser. Was ist das? In Stücke. In Stücke. In Stücke mit euch. Das ist alles zu. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Aber das werde ich gleich sehen. So hier. Da ist das Tor. Oh. Okay. So fußt ich das also. Was klar. Habt was dann. Nee. Das ist rot. Was soll ich jetzt hier? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was soll ich hier? Was soll ich jetzt nicht ganz? Oh okay. Geh mal weiter. Weg. 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 Jetzt geht es wieder runter. Das ist ein Portal, ich bin. Okay. Was mache ich jetzt hier? Hier rüberspringen. Ich werde wieder zurück rüberspringen. Da muss ich rein. Okay. So. Wo komme ich da hin? Nirgends wohin. Sehr schön. Okay. Das war schon mal das Falsche. Welches nehmen wir jetzt? Was war das Falsche? Jetzt mal gucken, wohin ich muss. Wir sind in der... Keine Ahnung. Steht hier eine Nummer drauf irgendwo? Nö. Machen wir mal eine Runde rum. Wäre interessant. Eins. Letzter an. Jetzt sind wir hier. Mit der Framerate-Boost. Ach du Scheiße. Weg. Jetzt habe ich ja hier. Bei ist es nicht. Also muss ich in die Eins. Oh Gott. Okay. Also muss ich in die Eins. Was war das? Was? Fand ist kaputt. Okay. Ich bin so gut. Ich bin so gut in sowas. Also eine Runde rum in die Eins. Das sieht gut aus. Hier. Was ist denn hier? Wow. Ich glaube ich muss das Spiel mal neu starten. Die Framerate bricht gerade massiv ein. Hä? Falsch? Oh Leute. Halt die zwei. Alles klar. Halt die zwei. Aber die zwei war doch tot glaube ich. Ja ja. Zwei ist oben. Na ich muss nach oben klettern. Äh ja. Genau zwei. Okay. Okay. Das ist ja verstanden. Über mir. Da rein. tot tut er mich einfach war zu schnell unterwegs was mache ich denn da gut gut ok Okay. Gut. Dann in die... Das ist halt die 4, glaube ich. Müsst ihr hier irgendwo so ein Ding sehen? Da. Gut. Gut. Müsste jetzt einen Platz haben, wo ich mir in Ruhe umgucken kann. Das war... Lucky. Das war doof. Och Mann. Okay. Okay. So. Jetzt will ich mir erstmal in Ruhe umgucken. Wo muss ich hin? Da würde ich mich einfach... Ah. Das macht keinen Sinn. Ein Versuch noch echt. Gut. Da muss ich da rein. Rein. Okay. Zwei. Ja. Ja. War doch richtig. Ist das ein... Ja. 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 Ich wollte... Das ist das. can we.... die zwei das darum der nummer dran hier glaube ich war das muss ich auch hin naja wir müssen jetzt da rein ich guck mal rein dann nehme ich das offscreen und dann gehen wir weiter muss da rein so wie das aussieht hier ich darauf komme sich dann gut leute ich mache das offscreen und wir sehen uns dann später ciao